Wunderst du den Schrien einfach hier hoch Weil wenn er mit dem Ellenbogen unten bleibt, das wird er nicht machen. Warte, ich will ja verteidigen. Finde ich die Knie zusammen, befreie dich mal. Bam, 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 wieder. Dann könntest du wieder hoch. Bam, 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 bam. Das war zwei, drei Mal ist er weg. Oder zu Null? Einmal. Wenn du es so machst, gehst du einmal mit dem Ellenbogen. Jetzt kannst du das Gesicht auf. Du kommst ja vom Highboxen oder was? Vorm Kickboxen oder was hast du gemacht? Ach so, gar nichts. Gut, das war nicht schlecht im Standart. Okay. Genau. 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 Genau, immer hochbettern. Genau, super. Genau. Sehr gut, Nico. Das reicht, zwei, drei Mal üben. Das ist wunderbar. Entschuldigung. Die Böse. Der mord. Der.